Norddeutscher Rundfunk 2021 Beste Moment. Genau dafür lebst du im Sport. Wir wollen Gold. Wir wollen uns die Goldmedaille holen. Wir wollen Goldmarinen werden. Ich kann es gar nicht glauben eigentlich. Das ist pure Emotion gerade. Ich bin einfach super happy wie alle anderen auch. Das ist aber Wahnsinn. Wir sind sehr gut drauf. Final Four ist schwer zu erreichen. Jedes Jahr wieder. Vielleicht springt ja ein erster Platz raus. Das wird ein tolles Ding und es wird bestimmt knapp. Ich traue mich jetzt erstmal davon, überhaupt nach Hamburg zum ersten DGL-Spieltag zu fahren. Das andere ist noch viel zu weit weg. Ja! 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 Ja!